Efeutute Efeutute für gute Luft und gesunde Augen Die Efeutute ist eine Kletterpflanze, die oft als Zimmerpflanze gehalten wird. Wusstest du, dass sie zwei fast unbekannte gesundheitsfördernde Eigenschaften besitzt? Diese Pflanze reinigt nicht nur die Luft, sie hilft auch gegen greizte und müde Augen. Außerdem kann damit auch gegen Augenhochdruck, Grauenstarr und Glaukum vorgebeugt werden. In diesem Artikel erklären wir dir die Vorzüge und Pflege der Efeutute. Eigenschaften und Pflege Die Efeutute hat breite grüne Blätter mit hellen Flecken und blüht, wenn sie im Freien gehalten wird. Sie benötigt eine Temperatur von 17 bis 24 Grad Celsius und sollte nicht direkt an der Sonne stehen, braucht jedoch viel Licht. Diese Pflanze braucht nicht sehr viel Wasser. Du kannst einfach einen Ableger in ein Glas Wasser geben, um weitere Pflanzen zu ziehen. Hinweis Efeutute ist giftig und darf deshalb nicht verzehrt werden, aus dieser Pflanze kann nur Nutzen als Zierpflanze gezogen werden. Wie reinigt sie die Luft? Efeutute reinigt das Zimmer, in dem sie steht, von Giftstoffen, wie Z. Formaldehyd Das vor allem in frische gestrichenen Wänden oder neu möblierten Zimmern vorhanden sein kann. Formaldehyd ist eine Substanz, die in Holzmöbeln enthalten ist und toxisch bzw. langfristig krebserregend sein kann, wenn sie verdunstet und will sie deshalb einatmen. Efeutute setzt Benzen, Benzol und Kohlenmonoxid frei. Sie benötigt keinen Sauerstoff und ist deshalb auch für das Schlafzimmer risikofreit. Wissenschaftliche Studien haben erwiesen, dass diese Pflanze Gerüche neutralisiert, so kann sie nicht nur im Wohnzimmer stehen, sondern auch in der Küche oder im Bad. In kurzer Zeit machen sich ihre Vorzüge bemerkbar. Wie können gereizte Augen gelindert werden? Viele Personen haben die erstaunlichen Wirkungen gegen gereizte Augen getestet, vor allem nach langer Arbeit vor dem Computer oder bei Augenhochdruck bringt diese Pflanze Linderung. So kann auch gegen Glaukum oder Grauenstarr vorgebeugt werden. Um aus ihren Vorzügen Nutzen zu ziehen, raten wir, die Blätter regelmäßig mit einem Tuch reinigen, um jeglichen Schmutz oder Staub zu entfernen, ohne dabei die Blätter zu beschädigen. Zur Beruhigung der Augen kannst du dich einfach neben die Pflanze setzen und zwei Blätter auf die geschlossenen Augen legen, ohne diese abzureißen. Entspanne dich dabei drei bis fünf Minuten mit geschlossenen Augen und ohne Druck auszuüben. Danach die Augen langsam öffnen. Die Sicht wird wieder klarer sein und die Augen entspannt. Diese Prozedur kann immer dann durchgeführt werden, wenn die Augen müde sind. Sie wird auch zweimal täglich zur Vorsorge gegen Augenerkrankungen empfohlen. Hinweis über den Grauenstarr Ein Anzeichen für Kataraktgrauer Starr ist die grünliche bis graue Trübung der Augenlinse. Bei einer Veränderung der Augenlinse sollte ein Augenatzt aufgesucht werden, um das Fortschreiten dieser Erkrankung zu verhindern. Punkt. Als Ergänzung zur ärztlichen Behandlung kann die oben beschriebene Methode zwei bis dreimal täglich durchgeführt werden.